Willkommen zu einem anderen Spiel. Homeworld Tutorial habe ich gespielt. Fangen wir mal mit der Einzelspieler Kampagne an. Gucken wir, ob ich halbwegs fähig bin. Das mit dem 3D habe ich glaube ich noch nicht so wirklich raus, aber wir gucken mal. 100 Jahre lang, ein Satellite detectte ein Objekt unter den Sands des Great Deserts. An Expedition war set. An ancient Starship, buried in Sand. Die Gäste haben sich durch die Wurrein gegründet. Die Wurrein, die wir immer wiederum verändern. Die Wurrein hat sich ein Stück über die Einzelspieler Kampagne als Einzelspieler. Die Wurrein hat sich immer wiederum, dass es sich durch die Geschichte immer noch so weitergeht. Die Wurrein, die in den Höhen, ein Stück über die Einzelspieler Kampagne und der Schöne. Ah ja. So weit war ich glaube ich noch nicht gekommen. Die Klans wurden unentatet, und eine massive Kolonie-Ship wurde gebaut. Die Konstruktion würde 60 Jahre dauern. Es würde neue Technologien, neue Industrie, und neue Sacrificen. Die größte dieser von den Wissenschaften, Karin Segett, die sich in die Kolonie-Ship in der Kolonie-Ship als ihre Leben-Core. Sie ist nun in der Karte. Die Karte ist nun in der Karte. Kommt jetzt schon was mit? Feinde, böse, vernichten? Finde, kommst du zum Gespräch. Du hast es. Bate 8910, seal. Schaffel, Decks A, B, C, secure. Decks D and E secure. Schaffel secure. All systems be free. Release crew standing by. What a beautiful sight. This is Sweet Command. Reporting Mothership Relarge Status. Command Online. Resourcing Online. Construction Online. Cryogenic Subsections A-J Online. K-S Online. Scaffold Control Stand By For Lining. S-S Online. S-S Online. Wieso schlattet die jetzt da aus? Oh mein Gott. Karek System. Karek System. Ein Forschungsschiff bauen. Ein Forschungsschiff. Bauen. Karek System. 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 Okay, die haben wir auch. Das ist das gleiche. Strikgruppe, prepare for assault Group 1 has defeated the enemy Strikgruppe, prepare for assault Strikgruppe attack order confirmed Strikgruppe to battle positions Strikgruppe attack order confirmed Strikgruppe to battle positions So Den haben wir noch und den haben wir noch Die sammeln Haben wir Die Astroiden werden Mothership Formation trial complete Flight analysis shows a 22% increase in combat performance The next trial will test the effectiveness of tactics Standby to begin tactics trial Use aggressive or evasive tactics And engage the target drones here So 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 Das haben wir gemacht. Okay. Das Forschungsschiff ist glaube ich der Aufklärer. Nein ist es nicht. Oh ja. Oh. Oh. So ist besser. Stand nur auf Jägerklasse. Copy. Destination locked in. Nein, die habe ich alle. Salvage Corvette complete. Okay. Confirmed. New research available. Research ship complete. The primary research ship has been constructed. Research division is online. Begin fighter chassis research immediately. Okay. Das machen wir mal. Okay. Auch geschafft. Okay. Research. Ja. Ja. Das war auch nicht weiter schwer. Ja. 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 Oh nein. Och ja. Ja. Right. Ne gesagt. Komm in, bitte. Wir haben missjumped und haben Ihren Beacon geholfen. Das ist die Mothership, der kenne Supportvessel Car-Slim. Bitte respond. Nicht gut. Nicht gut. Das ist die Möge. Kurs deleted. Destination locked in. Man sieht jetzt was. Ja, die sieht kaputt aus. Ja, die sind kaputt aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, da haben wir noch ein paar mehr Schiffe Interceptor, complete Interceptor, complete Mothership, interceptor, complete Interceptor complete Stay on top of them Strike group acknowledged Interceptor complete Group 2 reinforced This is looking good, stay tight Interceptor complete Group 2 reports victory Group 2, show no mercy So, viel sind es nicht mehr, oder? Ah, es sind auch noch ein paar Construction underway, assembly underway Interceptor complete Interceptor complete Interceptor complete Interceptor complete Group 1 reports victory Hostile units destroyed Threat eliminated Mothership sustained minor hull damage Repairs are underway Okay Okay Okay, I'll get shaft The car salim has been destroyed Heavy weapon damage is visible on the remaining fragment A salvage corvette must be sent to retrieve the mission data recorder Okay, ich habe da noch ein paar Uscowetora Research complete New research available Mothership 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 Die sind noch am abbauen. Reiseach Pause. Collection Confirmed. Copy. So... Assembly underway. Assembly underway. Insufficient resources. Research paused. Priority alert. Additional hostile units detected on an intercept course with the car slim. Protection of the salvage team is a primary objective. It must return to the mothership with a mission recorder. We need that data. Group 2 copies. Strike recordings logged in. Group 1 copies. New headings set. Ja, jetzt fängt es an komplizierte Hände. Group 2 reporting. Group 2 under attack. Setting drive to idle. Group 1. Group 2 copies. Group 3. ...resource collector complete. New research available. Research complete. Mhm. Die Mothership ist in Dufa. Sir, ich habe Multiple Contacts auf Closing Vector. Unknown Profiles. No Rekognition Codes. Uhhh... Sie sind nicht unsere Attacken. Sie sind nicht in Ordnung. Sir, sie kommen in fast. Check. Sie sind auf dem Feuer. Wir sind untertitelt. Sie sind durchgeführt. Rechen Sie über alle Deck. Die Hälfte sind in Ordnung. Die Mothership ist ein Ursprung fuller Hyperdrive tent. Repeat, ein Ursprung fuller Hyperdrive tent. Wie? Musik Wird die Mothership zurückgeladen. We are detecting enemy units advancing on our position. Organize a defensive force to protect the Mothership. Docking with Mothership. Moving to destination. Route 2 reporting with Firekeeper. Supporting battle units. Group 1, Group 2 standing by. Okay. Local resources exhausted. Fleet, moving on. Status report. Okay. Okay. Good. 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 Group 1, Strike Group report hostile contact. Tax vector lead in. Group 2 reporting. Okay. Fighters, Corvettes with him. Oops. Group 2 standing by. Strike group attack orders confirmed. Group 1 reported by all weapons on target. Group 1 Antwerp Control. Group group attack orders onto target. Group 1 Squadron received Kaffee Hier gibt es anscheinend nichts mehr zum Einsammeln, doch? Es sind noch drei. Hmm. Gruppe 3, Copy. Reporting. Aufklärer? Kann ich auch nicht bauen. Ah, da sind noch welche. Ich bin auf der Fall. Dein Dreibe verbinden. Resetting navigation. So, da oben ist der Kampf. Noch ein Aufklärer und drei Abfangjäger. So, da oben ist er. Bersack! Oh, besser! Interceptor complete Light provett complete Interceptor complete Group 1, destroyed 2. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 10. 11. Willkommen zu den Ressourcen. Jawohl. Out here. Interceptor complete. Friendlies under fire. Moving in. Resources exhausted. Mothership. Interceptor complete. Group 1 designated. We've got anti-contact. Attack run complete. Urban pattern locked. Group 1 copies. Weapons set to full power. Interceptor complete. Mothership. Group 4 designated. Show no mercy. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 1. Gruppe 1 Gruppe 1 Gruppe 1 Gruppe 3 Gruppe 4 Objektiv complete Standby for immediate return to Karak Okay Dann Hier das nächste Mal weiter Uh-huh Um 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 Um